Tentale Mythen. Zahnpasta kann durch Kaugummi ersetzt werden. Aber stimmt das wirklich? Nö, das stimmt nicht. Denn der Kaugummi sowie die Zahnpasta, die haben ja keinen reinigenden Effekt. Es geht ja nicht um die Zahnpasta an sich beim Zähneputzen, sondern es geht um die mechanische Reinigung, das was die Zahnbürsten borsten machen. Und deswegen kann der Kaugummi nicht die Zahnpasta ersetzen, weil die Zahnpasta auch kein Reinigungsmittel ist. Reinigungsmittel im Sinne, dass die Zähne nicht rein werden nur durch die Zahnpasta, rein werden sie durch die Zahnbürste. Und deswegen kann der Kaugummi nicht die Zahnpasta ersetzen. Abonniert den Tentale Boutique Kanal, aktiviert die Brau-Glocke und du verpasst kein einziges Video mehr.